Der fliegende Mensch im Himalaya. So stand es in einer großen Tageszeitung von Delhi. Gemeint war damit einer meiner Freunde, Rosan Lahm, aus Manali. Rosan Lahm war praktisch der englische Skiverbandspräsident, denn Manali ist einer der wenigen Skigebiete von Indem. Rosan Lahm hat eine Tochter, die bereits FIS-Rennen fährt und schon eine durch diese Rennen gewonnen hat, zumindest in Stockholm gestanden ist. Und wirklich, das wäre ein begnadeter Paragraph. Also er fliegt nicht über den Himalaya, in den Ausläufern des Himalayas, von einem da ins andere. Und das ist wieder das, was Sie hier sehen. Habt er mir geschickt, also selbst von sich gedreht. Viel Spaß beim Fliegen über den Ausläufern des Himalayas. ZDG-Rennen des Himalaya. ZDG-Rennen des Himalayas. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020